Ich habe viel zu wenige Kommentare heute. Leute, was macht ihr? Jetzt muss ich die ganze Unterhaltungsarbeit machen und ihr habt gar nichts geleistet, ja? Schön, und damit habe ich gleich mal alle meine Abonnenten beleidigt. Yay! Kelly kommentiert Kommentare. Hallo, Kelly aka Mr. Vlog hier bei Kelly kommentiert Kommentare der Videoserien der Kelly, das bin ich, Kommentare kommentiert. No shit, Sherlock. Trinkst du vor dem Dreh deiner Videos Kaffee oder wieso bist du so aufgedreht? Ich aufgedreht von Kaffee. Hm. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Boah. Okay. Scheiß auf Zimt. Kaffee ist viel schlimmer. Okay, das ist nicht mehr schön, das hier. Was ist da los? Oh mein Gott. Was ist mit meinem Gesicht? Wenn dich jemand bedroht, dich zu töten, außer du spießt ein lebendes Huhn auf einen Kaktus auf, würdest du es machen? Ja, natürlich. Sorry, Huhn. Ich ertrinke im Blut. Ah, meine Zeichenkünste. Bellissimo. Kelly Kondom. Das sollte wohl ein Vorschlag für eine Abkürzung für Kelly kommentiert Kommentare sein. Aber Kelly Kondome jetzt mal ernsthaft. Bestes Verhütungsmittel ever. Weil sobald man die sieht, Bestes Verhütungsmittel ever, hat man wohl Angst vor Sex. Und läuft weg. Babys. Babys. Wo sind da die Babys? Ich sehe nix Babys. Natürlich gibt es auch noch die spanische Version. Kelly Kondom. Hey Kelly, hast du eigentlich einen Fanshop wie Simon Desue, die Außenseiter oder Dagi Bee? Mein Fanshop mit meinen T-Shirts würde einfach nur dazu da sein, andere Leute um euch herum zu verstören. You don't know. Haha. You don't know you're beautiful. Haha. That's what makes you beautiful. Na, 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 na. Aua. Die ist ja nackt. Seien wir mal ehrlich, es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Pornostar kommt, oder? Sag mal 333 auf Tschechisch. Haha. Vielleicht hört sich das ja ganz süß an. Das hört sich an, als würde man in den Krieg ziehen. Trista Trizet Tri. Und das hier passiert. Trista Tritit Tri. Danke fürs Anspotzen. Das war's auch schon wieder von dieser Folge. Lasst mir unten Kommentare raus. Falls ihr auch bei Kelly Kommentiert Kommentaren dabei sein wollt. Und wenn ihr's lustig fandet, könnt ihr's ja teilen oder so. Hahaha. Ah. Oder nicht? Scheiß Müllabfuhr. Geh weg. Geh weg. Okay. Die Müllabfuhr geht nicht mehr weg. Tschüss. Oh Gott. Ich kann nicht glauben, was ich gleich mach. Oh Gott. Hier ist alles nass. Sieht man, dass ich nass bin? Ich kann... ... ... ... ... Uuuuuhh